okay hallo frontline blaues team die rivale und rapier letzte folge habe ich duelliert heute schaue ich mal was es mir gebracht hat und ja oh nein jetzt kann ich keine gegenstände mehr aufheben das muss ich ändern das sind belegungen use step nein ach egal so ich hoffe jetzt geht das oder was ist das ist nichts was ist das für eine saugere keule abend stern es gibt einen morgen stand und einen abend stern alles klar ich hab doch geblockt war wo 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 do ja 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 Ach toll. Was ist das denn? Ich bin schlecht erschrocken. Oh, das war knapp. Was ist das? Oh, nix. Ich werde noch. Ah, das war ja knapp. Ui. Aha. Hallo. Verschlossen. Alles klar. Ach. Mieee. Schwierig. Äh. So schnell zu reagieren. Schnell genug zu reagieren. Ich höre, dass wir hier keine Karte haben. Hey. Komm her, du. Okay. Daneben nicht. Wer lacht denn da? Was zum Teufel? Hä? Was? Was zum? Was zum Teufel? Au. Hä? Ich hab Angst meine Leute zu treffen. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Wir brauchen mehr Pferde. Ja. 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 Oh, da kann man hoch? Hä? Wie hat er das gemacht? Wissen. Ja. Ja. Nehmen nicht. Ja. Ach. Warum nicht? Das ist ein fürn Tellerwischer. Ja. Schießt jemand mit ner Armbrust? Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Oh, da hab ich fast ganz schön mit dem Stich Vater. Ja. Ja. Jaaah! Oh, HONNAHAUER! Jawoll! AAAAAAAA! Da kommen die! Au! Nein! Naja... Ich glaube, ich hatte Glück. Oh, der lässt erkennen... So... 6 Minuten, wir haben noch eine Menge Zeit und wir liegen... ...ein bisschen... ...ein... 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 ...ein Schild ist vielleicht ganz praktisch. Oh! Jetzt bin ich ja am Arsch der Welt... ähm... Na doch! Oh... Ist das nicht im Furt? Au! Das wäre mit Knücheln! Das ist das! ...ein... 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 Alles klar. Wow. Guten Tag Herr Ritter. Ah, es ist neuer. Da ist... Oh. Da ist der Stecher, wollte ich sagen. Drei, zwei, eins. Uff. 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 Oh, ein Gebel. So, wie funktioniert das Ding? Einfach wär's, oder? Ach, so knapp. So knapp. Das genehmige ich mir. Die da brauchen Hilfe, glaub ich. Uff. 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 Ach, verdammt, ich hab einmal kurz nicht hingeschaut. Uff. Oh, oh. Nein! Ja! Das ist das! Das bin ich! Das ist der Schock! Der gibt nie! Ach, verdammt! Ich wollte auch von zu singen, das ist schrecklich. Ah! Oh! Zwei! Ah! Oh! Zwei! Zwei! Wow! Wow! Nein! Mit dem Messer! Vom Pferd! Vom! Auf dem Pferd aus! Als ob! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wieso sticht der nicht? Naja, wenigstens fertig gewaschen. Vor der Beerdigung. Rein? Rein. Hahaha Ich find's cool wie der Turm hier einfach liegen bleibt und ich find's uncool wie der Bogenschütze da nicht stehen bleibt. Ey! Nein! Ähm, was zum Teufel? Äh, wohin, wohin? Was zum Teufel? Wie? Was zum Teufel ist mit dem denn los? Äh, ich glaub da ist nur Ablenkung. Ich weiß nicht, dass jemand von hinten kommt. Nein! Ah, zu früh geblockt. Oh mein, da flieg gerade echt knapp. Jawoll! Ach, kacke. Äh, ich meinte... Oh! Was war das denn? Katapult! Ui! Was für ein glücklicher Treffer. Ey, 17 Minuten schon. Ja, danke fürs Zuschauen und... Ja, wie die Schlacht endet. Es ist ganz schön knapp und wir sind im Nachteil. Wir liegen zurück. Ich glaub, so hieß das. Äh... Ja, bis zur nächsten Folge.